Im Herzen des Hauptplatzes der Ortschaft entsteht die Pfarrkirche Heiligen Georg, Schutzpatron von Martino. Auf der Spitze des Portals bewundert man die Statue des Heiligen und an den Seiten hängen zwei Fresken der Madonna, der unbefleckten Empfängnis und der Frau vom Berge Kamel. Das Gebäude hat einen kreuzförmigen Grundriss und um den gesamten Rand stehen die Kapellen und die Seitenaltäre, die vom wertvollen Stock und vom Pigmenten verziert sind. Die Architektur erinnert das 18. Jahrhundert des Salentos, als das Gebäude von Tommaso Pascuale Margolio aus Martino wieder erbaut wurde. In der Nähe des sogenannten Burgens des Miedleins entsteht die gleichnamige bruderschaftliche Kirche, die seit über einem Jahrhundert von der gläubigen Gemeinschaft der Heiligen Jungfrau der Fürbmitte. Das Gebäude wurde im Jahr 1716 wiedergebaut, wie auf einer Schriftrolle auf dem Portal geschrieben ist. Im Inneren werden wertvolle Fresken aufbewahrt, die in der Absis von Bernardino Greco produziert wurden. Martino hatte einst ein wichtiges Dominikanerkloster. Nach der Zeit der Säkularisation von Napoleon und mit der Verschwendung der Brudergemeinschaften wurden das Gebäude entscheidend verändert und als Rathaus benutzt. Im Inneren erkennt man noch die Arkaden des alten Klosters. Besonders schön sind die Fresken des Anfangs des 18. Jahrhunderts, die von dem berühmten Maler Bernardino Greco aus Cupertino gemalt wurden. Die Szenen rufen ins Gedächtnis die Heilige zurück, denn die Dominikaner gläubig waren, die schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts das religiöse Leben hier in Martino charakterisiert haben. Die Kirche der Madonna des Rosenkranzes ist mit dem alten Dominikanerkloster verbunden. Die Kirche ist auch unter als Kirche der Madonna der Hilfe gekannt. Wichtig ist die aus dem 18. Jahrhundert stammende Fassade des Gebäudes, die die typischen Rokai-Ornamenten der Zeit zeigt. Die Kirche des Kruzifixes liegt der Strasse entlang, die nach Casarano führte. Die Fertigstellungsarbeiten des Gebäudes gehen vermutlich aufs Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Die Kirche wurde für den Kult im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder geöffnet. Im Inneren ist es möglich, verschiedene Gemälde im Barockstil zu bewundern. Das Heiligtum der Schmerzenmutter wurde in der Hälfte des 18. Jahrhunderts dank der Bemühungen der Gläubigen und der sogenannten Brudergemeinschaft der Sieben Schmerzen gefertigt. Die Kirche wurde mehrmals verändert, aber das Innere hat noch beträchtliche Ornamente unter einer wertvollen Orgelpfeife. Die Kirche des Kamel liegt auf der Spitze der Ortschaft. Die älteste Seite des Gebäudes geht bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts zurück, obwohl die Fasade vor kurzem auf mittelalterliche Weise produziert wurde. Der Kult im Laufe des 20. Jahrhunderts zurück im Laufe des 19. Jahrhunderts hoch. Der Kult im Laufe des 50. Jahrhunderts zurückgent. Der Kult im Laufe des 20. Jahrhunderts. Der Kult im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder durch den Sitzung des 24. Jahrhunderts. Vielen Dank.